Ein Prozess benötigt nicht nur einen ausreichenden Antrieb, er muss auch ausreichend schnell ablaufen. Wie können wir die Geschwindigkeit eines Prozesses beeinflussen? Willkommen zu Basiswissen Physikalische Chemie. Unser Thema heute Reaktionskinetik. Wie können wir die Geschwindigkeit einer Reaktion beschreiben? Die Thermodynamik befasst sich damit, ob ein Prozess, wie hier zum Beispiel die Knallgasreaktion, überhaupt ablaufen kann, ob sie einen Antrieb hat, ein Delta G. Unter Umständen kann man überlegen, welche Parameter man verändern kann, um den Antrieb zu erhöhen. Ist kein Antrieb vorhanden, kann die Reaktion spontan niemals stattfinden. Wenn hingegen ein Antrieb vorhanden ist, hat die Reaktion sozusagen grünes Licht von der Thermodynamik. Ob sie tatsächlich stattfindet, ist aber dann eine kinetische Frage. Ist die Reaktionsgeschwindigkeit ausreichend? Auch hier kann man eventuell überlegen, welche Parameter die Reaktion beschleunigen können. Erst wenn ein ausreichender Antrieb und eine ausreichende Reaktionsgeschwindigkeit zusammenkommen, läuft ein Prozess ab. Lassen Sie uns die Reaktionsgeschwindigkeit definieren. Sie sehen hier die zeitliche Veränderung der Konzentrationen aller Reaktanten beim N2O5-Zerfall. Die Steigung dieser Kurven entspricht der Bildungs- oder Zerfallsgeschwindigkeit des jeweiligen Reaktanten. Nach 300 Sekunden ist zum Beispiel die Zerfallsgeschwindigkeit vom Edukt minus 18 und die Bildungsgeschwindigkeit vom Sauerstoff plus 9 Mikromol pro Liter und Sekunde. Wenn man Bildungs- oder Zerfallsgeschwindigkeiten durch die jeweiligen psychometrischen Umsatzzahlen dividiert, erhält man die klassische Reaktionsgeschwindigkeit R, die für alle Reaktanten gleich ist, in unserem Fall plus 9 Mikromol pro Liter und Sekunde. Die Einheit der Reaktionsgeschwindigkeit ist immer Konzentration pro Zeit, also zum Beispiel Liter pro Stunde oder Pascal pro Minute. Die Reaktionsgeschwindigkeit wird durch einige Parameter beeinflusst. Das sind insbesondere die Temperatur, ein Katalysator, bei heterogenen Reaktionen die Phasengrenze, das Lösemittel und die Konzentration der Reaktanten. Wichtig ist insbesondere die Abhängigkeit von den Konzentrationen der Reaktanten. Deshalb fasst man alle anderen Einflussgrößen zu einer sogenannten Geschwindigkeitskonstante zusammen. Die Gleichung, die hier jetzt steht, Reaktionsgeschwindigkeit als Funktion der Konzentration der Reaktanten, ist das sogenannte Geschwindigkeitsgesetz. Häufig hat das Reaktionsgeschwindigkeitsgesetz eine Form in dieser Art und Weise. Der Exponent der Konzentration wird als Ordnung bezeichnet. Die Ordnung einer Reaktion beschreibt, wie empfindlich die Reaktionsgeschwindigkeit auf eine Änderung der Konzentration reagiert. Die Ordnung einer Reaktion beeinflusst sehr stark die Konzentrationszeitkurve. Im Allgemeinen lässt sich die Ordnung einer Reaktion nicht voraussagen. Experimentell wurde gefunden, dass zum Beispiel der Zerfall von N2O5 erste Ordnung ist, während der Zerfall von NO2, auf den ersten Blick eine recht ähnliche Reaktion, nach zweiter Ordnung verläuft. Bei einer Reaktion null der Ordnung hängt die Reaktionsgeschwindigkeit überhaupt nicht von der Konzentration ab. Dies ist zum Beispiel bei der enzymatischen Zersetzung von Ethanol. So erzählt Alloid der Fall. Die Veranschaulichung der Klinik einer Reaktion kann mit dem Badewannenmodell erfolgen. Der Füllstand von Badewanne 1 entspricht der Konzentration des Eduktes. Der Füllstand von Badewanne 2 der Konzentration des Produktes. Die Reaktion läuft nun so ab, dass mit einem Gefäß Wasser aus Badewanne 1 in Badewanne 2 transportiert wird. Die Größe des Gefäßes entspricht unserer Geschwindigkeitskonstante K und die Menge Wasser, die transportiert wird pro Sekunde, entspricht der Reaktionsgeschwindigkeit. Speziell bei einer Reaktion null der Ordnung geschieht der Transport des Wassers mit einem Gefäß immer gleichen Volumens, sodass die Reaktionsgeschwindigkeit konstant ist. Die Auftragung der Konzentration gegen die Zeit wird auch als integriertes Geschwindigkeitsgesetz bezeichnet. Für eine Reaktion null der Ordnung lautet sie A gleich A0 minus K mal T. Eine wichtige Größe zur Kennzeichnung einer Reaktion ist die Halbwertszeit. Bei einer Reaktion null der Ordnung wird diese immer kürzer und hängt mit der Geschwindigkeitskonstante in dieser Art und Weise zusammen. Man kann die Ordnung einer Reaktion auch an der Einheit der Geschwindigkeitskonstante erkennen. Für eine Reaktion null der Ordnung beträgt die Einheit Mol pro Liter und Sekunde. Hier sehen wir eine Zusammenstellung der entsprechenden Formeln für eine Reaktion erster Ordnung. Wir haben ein integriertes Geschwindigkeitsgesetz, welches einer E-Funktion entspricht. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist proportional der Konzentration. Die Halbwertszeit ist hier konstant und direkt mit der Geschwindigkeitskonstante verknüpft. Die Einheit der Geschwindigkeitskonstante ist 1 durch Sekunde. Wir können diesen Graph linearisieren, indem wir den Logarithmus der Konzentration gegen die Zeit auftragen. Die entsprechenden kinetischen Gleichungen für eine Reaktion zweiter Ordnung finden Sie hier zusammengetragen. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist proportional dem Quadrat der Konzentration. Das integrierte Geschwindigkeitsgesetz ist etwas komplizierter. Die Halbwertszeit wird im Laufe der Zeit immer länger. Und die Einheit der Geschwindigkeitskonstante ist Liter pro Mol und Sekunde. Hier noch einmal zusammengestellt die wichtigen kinetischen Gleichungen für einen einfachen Prozess A, G zu P für 0 der 1. und 2. Ordnung. In der letzten Zeile finden Sie die entsprechenden Gleichungen für einen Prozess A plus B, G zu P mit einer Gesamtordnung von 2. Was läuft bei einer chemischen Reaktion mikroskopisch ab? Das verrät uns das sogenannte Reaktionsprofil. Nehmen wir als Beispiel die Reaktion von Bromethan mit OH-Ionen. Bei der Reaktion ordnen sich die Atome der Reaktanten im Raum um. Diese geometrische Umordnung wird durch die X-Achse, die Reaktionskoordinate, im Reaktionsprofil beschrieben. Als Y-Achse haben wir die Energie. Während der Reaktion werden Bindungen gedehnt und gespalten. Andere Bindungen bilden sich. Die potenzielle Energie, die als Y-Achse im Reaktionsprofil zu finden ist, ändert sich also während der Reaktion und durchläuft ein Maximum. Das Maximum, der energiereichste Zustand auf dem Weg von den Edukten zu den Protokten, nennen wir aktivierter Komplex oder Übergangszustand. Und wir kennzeichnen ihn durch ein Doppelkreuz. Der Energieunterschied zwischen Edukten und Übergangszustand wird als Aktivierungsenergie bezeichnet. Der Übergangszustand und die Aktivierungsenergie beeinflussen nun in ganz entscheidendem Maße die Geschwindigkeit eines Prozesses. Auch eine exotherme Reaktion, wie sie hier gezeichnet ist, benötigt zunächst Energie, damit sie sozusagen über den Berg geht. Damit ist klar, dass die Temperatur eine große Rolle für die Reaktionsgeschwindigkeit spielt. Hier sehen Sie die kinetischen Daten der Spaltung von Rohrzucker in Glucose und Fructose für verschiedene Temperaturen. Sie sehen, dass die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante stark mit der Temperatur zunimmt. Vanthoff hat dies mit seiner RGT-Regel quantifiziert. Er sagte, eine Temperaturerhöhung von 10 Grad bringt eine Verdoppelung der Reaktionsgeschwindigkeit mit sich. Svante Arrhenius hat die Abhängigkeit von K mit der Temperatur in die nach ihm benannte Gleichung formuliert. In der Arrheniusgleichung finden sich zwei kinetische Kenngrößen jeden Prozesses, nämlich die Aktivierungsenergie EA, die wir aus dem Reaktionsprofil kennen, und der Frequenzfaktor Groß A, quasi eine Grenzgeschwindigkeit für unendlich hohe Temperatur. Die Arrhenius-Kenngrößen können wir aus unseren experimentellen Daten ermitteln, wenn wir den Logarithmus der Geschwindigkeitskonstante gegen den Kehrwert der absoluten Temperatur auftragen. Dies ist die Arrhenius-Auftragung. Aus der Steigung der Geraden erhalten wir die Aktivierungsenergie, aus dem Achsenabschnitt den Frequenzfaktor. Wenn wir die Aktivierungsenergie kennen, können wir mit der Arrheniusgleichung auch Geschwindigkeitskonstanten bei beliebigen Temperaturen ausrechnen. Der Einfluss des Übergangszustandes auf die Reaktionsgeschwindigkeit wurde insbesondere von Henry Eyring quantifiziert. Nach Eyring wird die Geschwindigkeit einer Reaktion vor allem durch den Stabilitätsunterschied zwischen den Edukten und dem Übergangszustand bestimmt, durch das Delta-G-Doppelkreuz. Jede Maßnahme, die Delta-G-Doppelkreuz verringert, beschleunigt die Reaktion. Beispielsweise wirkt ein Katalysator in der Art und Weise, dass ein anderer mitunter komplizierterer Reaktionsweg eingeschlagen wird, der aber die Aktivierungsenergie und damit das Delta-G-Doppelkreuz verringert. Mit der Eyring-Theorie kann auch die Einfluss des Lösemittels und die Einfluss der Ionenstärke auf die Reaktionsgeschwindigkeit quantifiziert werden. Lassen Sie uns zusammenfassen. Die Konzentration der Edukte kann in unterschiedlicher Art und Weise auf die Reaktionsgeschwindigkeit wirken. Man quantifiziert dies durch Angabe der Reaktionsordnung. Je nach Reaktionsordnung ergeben sich unterschiedliche Geschwindigkeitsgesetze, Reaktionszeitkurven und Halbwertszeiten. Mikroskopisch kann eine Reaktion durch das Reaktionsprofil veranschaulicht werden. Hier ist insbesondere das Maximum, der Übergangszustand für die Reaktionsgeschwindigkeit relevant. Mit der Arrheniusgleichung können wir den Temperatureinfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit quantifizieren. Die kinetischen Kenngrößen, Aktivierungsenergie und Frequenzfaktor erhalten wir durch Auswertung der Daten mittels der Arrheniusauftragung. Wenn wir die Kenngrößen kennen, können wir Geschwindigkeitskonstanten, Umsätze und Reaktionszeiten für beliebige Temperaturen ermitteln. Einflüsse von Katalysatoren, Lösemittel und Ionenstärke lassen sich durch die Theorie des Übergangszustandes von Eyring quantifizieren. Mehr Informationen hierzu wie immer in den Büchern, in den ausführlicheren Videos oder in der Vorlesung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.